14-Jähriger Tod auf Schulgelände gefunden. Es war wohl eine grausige Bluttat unter Jugendlichen, die den kleinen Ort Lohr am Main in Bayern erschüttert. Ein 14-Jähriger wurde am Freitagnachmittag tot auf dem Schulgelände des Schul- und Sportzentrums Nägelsee aufgefunden. Ein Tatverdächtiger, ebenfalls im Jugendlichenalter, wurde laut Polizei festgenommen. Die Hintergründe für die schreckliche Tat sind der Polizei noch unklar. Ebenso ist noch nicht bekannt, wer den Jugendlichen gefunden hat. In Bayern war am Freitag der letzte Tag der Sommerferien.